liebe freunde auf dem kanal vom old gaming dead lp servus grüßt euch also mit der taste shift nein umschalttaste umschalttaste w und der pfeiltaste kann man noch schneller laufen auch wenn man überladen ist dann kann man natürlich mit der maus nicht mehr steuern wollen wir alle zwei hände braucht so ja okay man der kerl der friert so schnell wo sind wir denn wir sind bei medival dynasty und wir werden jetzt mal paar tauben noch erledigt erledigen in der hoffnung wir schaffen das nein da wollte ich gar nicht hin so hoffentlich fliegen sie nicht gleich alle davon meine hätten ja ich das kalt ja also gut dann machen wir wieder die fackel an und verstecken uns hier hinten dann warten wir mal wir sind noch ein bisschen leicht vergiftet weil unser essen was wir zu uns genommen haben jetzt nicht unbedingt ja das feinste war es war schon ein bisschen leicht verdorben so jetzt haben wir hier schon wieder ein täubchen ein täubchen holen wir uns halt wieder die fackel sonst wird er wieder oder kam die nächste schad scheibenkleister wäre natürlich sinnvoll gewesen ja was ist jetzt kannst du die beiden oder nicht dann gehen wir wieder zurück stecken uns wieder dann sollten wir uns vielleicht in den armbrust 9,9 viel hat die armbrust nicht mehr so kommt legt den bolzen ein junge und dann warten wir mal es wird uns schon wieder ja ja du brauchst an sie sachen und feuer und was weiß ich nicht alles naja solange kann es ja nicht dauern bis sie wieder kommen naja solange war denn nicht mehr weil dann ist feierabend hallo ist das lustig neue täubchen wo seid ihr denn bei den kauft ja ok ist halt wieder drei fackel damit es nicht so früh erst kerl ich wusste ihm irgendwas warmes anzuziehen kaufen hilft alles nichts weil der arme kerl der ist ja komplett fertig der ist ja von der rolle so ist kommen keine doch kommen so gleich noch einmal kommt noch eine ok nein jetzt schieße ich auch noch daneben ich glaube sowohl nicht ja die bolzen werden natürlich auch nicht immer mehr du müsst eigentlich doch noch mal irgendwo hier einer rumliegende haben wir wollen kein wollten hier ok ok kein bolzen also gut jetzt schauen wir mal darauf weil da sind ja auch manchmal welche nein 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 du hast du hast du kannst gar nicht frieren du karl 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 du heißt bald nicht mehr karl du hast einfach karlchen nein bleibt da musst du dir jetzt da lang laufen und die taube verscheuchen ja bist du das wahnsinn gute frau herrschaft zeit noch einmal also gut dann gehen wir mal darunter wieder wo noch eine so eine geschissene taube zusammen kriegen waren der zittert und zappelt und tut rum bitte nicht schon wieder daneben holzen ist da oben vielleicht jetzt noch eine ja ist ja gut kerl da oben fliegt eine konti oder fällt der schnee vom baum das ist auch schön gemacht ja komm täubchen ok das ist eine gräne die die erwische schnell scheiß gräne erwische ich nur ein kack nicht schon wieder telefon so wo sind wir denn stehen geblieben wir wir brauchen noch ein paar täubchen wir brauchen noch ein paar täubchen und die armbrust die ist wahrscheinlich so gut wie alt hinüber höhe anhalten genau und dann haben wir doch schon wieder ein täubchen erlegt ja nebendran war eine andere taube die hätte man auch erledigen können aber na gut so und da geht dann ein bolz nach dem anderen hier auf dem stein kaputt das ist natürlich alles ja nicht unbedingt jetzt das gelbe vom ei der friert schon wieder wie hund meine vergisst dann geht auch nicht weg ja es ist so cold ja gold gold sind nicht im wilden westen mit dem gold da ist kein täubchen ok ich würde da irgendwo was rum im himmel auch nicht früher war mal ein täubchen auch hier oben hier hat es kein täubchen was denn jetzt ja dann gehen wir halt wieder runter gehen wir runter so dann holen wir uns dann wieder ach die armbrust und dann laden wir einen der letzten pfeile wir haben noch 20 stück das ist zwar nicht die welt so jetzt müssen wir gucken täubchen häuschen häuschen nä drüber das war wie ja ist er gut nicht mit dem pfeil irgendwo ja da ist der bolzen so warte mal wir verstecken uns noch einmal wir brauchen noch ein täubchen kommt verdatteln wir hier den ganzen tag ne den ganzen tag verdatteln wir jetzt hier ok taube kommt ok nein jetzt geht der kerl da wieder spazieren nicht der kerl die kerlin ja ich spüre meine fingerarbeit nimmer komm eine taube noch ein täubchen noch komm auf geht's zack zack macht bloß kein ärger hier trinken müssen wir auch wieder naja kommen jetzt lande mal landen sie und mittlerweile was trinken gehen es kann ja nicht sein kommt häuschen jawoll häuschen kommt da bleibt bleibt da wurde bist wenn du glück hast treffe ich den anderen voll ja genau so muss es sein genau so muss es sein was denn jetzt schon wieder ja 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 habe ich kein messer mehr ach so ok messer habe ich keins mehr aber den holzbogen äh holz bolzen ähm warte mal messer nein da wollte ich doch gar nicht hin baumenü messer was brauche ich denn 5 stock und 2 stein 5 stock 2 stein da haben wir doch schon mal steine so das müsste doch eigentlich jetzt lange dann können wir ein messer bauen dann können wir noch die taube auseinander nehmen ok wo ist die taube ja 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 und dann kriegst du irgendwann mal warme klamotten lieber kerl so das hätten wir erledigt ne so dann machen wir die fackeln wieder an was der fackeln kostet ne der kerl so jetzt verkaufen wir mal ein bisschen was damit er mal wieder weniger geld rei kommt ne dax ist hier so ähm was können wir denn verkaufen was hast du hau du 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 ja hau mich auch ja kein problem hallo wie laufen die geschäfte zeig mir deine ware so brauchst du der hat der hat so ein zeug hat der aha also braucht der fleisch ne brauchst du fleisch kann ich verkaufen ne gut dann habe ich noch mal gebratenes fleisch bringt auf jeden fall mehr wie normales hohes fleisch okay alles klar 1,9 prozent hat die armbrust das ist natürlich nicht viel ne das ist nicht viel so was haben wir denn noch trockenfleisch ne das trockenfleisch ne das trockenfleisch ne okay lebewohl ja danke so was hast du was läuft das mit deinem handwerk wofür könntest du bitte was hast du lustiges zeigen wir deine ware sowas wollte ich denn eigentlich noch verkaufen schauen wir mal das brauchen wir das essen wir selber noch stockstein speerstein als kupferhammer 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 brauchst du einen kupferhammer dann hat man doch noch irgendwas ein knüppeln aus dem knüppel okay was haben wir noch übrig oh warte mal holzhammer der kommt auch noch weg holzhammer brauchst du den armbrust steinachs 13 prozent die kommt auch weg so steinmesser das behalten wir noch alles so was haben wir denn noch zum abgeben einfache fackel das brauchen wir selber ein bogen hammer jetzt brauchen wir natürlich eine armbrust ne das sind wir ja ne wohl danke achso warte mal klamotten brauchen wir ne klamotten warte mal ja Hatschi du hast doch bestimmt ja du mich auch wir brauchen ach nee ist das alles teuer dicke lederhandschuhe edle handschuhe edle stiefel einfache schuhe oh einfacher rucksack oh gott ist das teuer einfacher kleiner rucksack hilft alles nichts einfacher rucksack ja was machen wir denn also gut kriegt er erst einmal das ne dann eine bunthaube da ist das zeug teuer ja aber wir gleich gleich kein geld mehr tuner weder hey rucksack ja ich brauche nur rucksack beiß die maus keinen fahrten ab einfacher rucksack großer rucksack was habe ich an geld gar nichts oder was 300 habe ich bloß noch 300 300 habe ich noch nicht jetzt ist aber gut ne filzhut filzweste oh oh gesteppte weste reitet aus gürteltasche ey die haben preise ne gürgel mit langer kapuze wer sollen sich das kaufen gürteltasche boah kleine gürteltasche kniehose leinenhemd mütze pelzschuhe schicke schuhe satteltasche schuhe stiefel boah das sind preise wollstrumpfhose ist auch nicht schlecht gell ah ja ist alles ja dankeschön ja ja das ist das ist einfach zu viel jetzt warte mal müssen wir unseren ähm nein ähm nein auch nicht ja tuner wetzing so jetzt pass auf ähm bunthaube so dahin dann frierst du nicht so am kopf ne ach was haben wir denn noch für dich dicke lederhandschuhe dicke lederhandschuhe dicke lederhandschuhe dann frierst du nicht äh dicke lederhandschuhe okay was haben wir sonst noch alles einfacher rucksack einfacher rucksack wo kommt denn der hin dahin ne äh einfacher rucksack hier hin nein hier hin okay einfacher rucksack so was haben wir denn hier was äh einfache schuhe mhm und das ist Hose die schaut aber auch nicht recht lang aus ne haha ja ich meine dann wird es an die Wadel recht kalt ne so und dann haben wir hier überhaupt nichts mehr da das heißt wir brauchen äh messer warte mal wir brauchen ein Messer achso mhm Stock und Steine brauchen wir achso wollte ich noch irgendwas ja ne ne ich geh jetzt wieder nach achso warte mal ja jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum schießen okay alles klar so dann gucken wir jetzt mal an dem Anschlagsbrett was es da für uns so gibt ne lesen Feuer und Flamme für Pfeile kein Eimer mehr gib mir einen Korb okay abliefern an der waren was Stein Pfeile kann ich ja gar nicht machen abliefern an der waren einmal vier stück kriege ich 25 Münzen na gib mir einen Korb kleiner weiten Korb was vier mal elf Münzen es gibt 140 Münzen 40 Stein Pfeile Stein Pfeile ja West kann ich nicht annehmen nö was haben wir hier achso das ist dasselbe das selbe Zeug okay ja ja das ist alles dasselbe oder naja 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 gut wenn das dasselbe ist man ich brauche eine Armbrust wir müssen jetzt irgendwas bauen hilft alles nichts so jetzt mache ich mal die Fackel aus mal gucken ob es den schon gleich wieder friert weil jetzt ist er ja relativ warm angezogen ne also wir müssen jetzt mal was bauen da beißt die Maus noch mal kein Faden ab wir sind jetzt im Winter ah jetzt fängt das frieren an naja gut ok so also was wollten wir machen da habe ich überhaupt da habe ich überhaupt äh ich habe ja nicht einmal nach axt hä ja ja ist ja gut wieso habe ich keine axt lass mich mal gucken oh ah wie axt habe ich nicht ok äh einmal hätte ich vier stück ne ich hätte vier eimer ich hätte vier eimer einmal hätte ich vier stück moment eimer und äh was war das pfeile ne holzarm brust ja gut die müssen wir ausrüsten ist alles nichts ne äh kupfer axt brauchen wir stein messer naja ich brauche stein messer leder leinsame mehl mehl pelz stein stein axt stein axt also wir könnten eigentlich vier eimer abgeben moment einmal vier eimer abgeben ähm jetzt äh müssen wir erst einmal wo haben wir es denn einmal einfacher ruckzack fackel leder äh feder wieso habe ich so viel vätern wedern können weg die brauchen wir dann für weile machen die bratenes fleisch da könnte man eigentlich nur was essen ne nein abbrechen äh gebratenes ja ist ja gut nein die bratenes fleisch wir noch vier stück ok holzarm brust jetzt sind wir hier hin und dann haben wir gesagt stein 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 kopf ach das ist dicke claude ok ja das macht da nichts kupfer axt machen wir mal dahin und stein messer ach so das habe ich wieso ist das hier drüben sein schmarrn so dann könnten wir eigentlich die vier eimer abgeben aber jetzt müssen wir wieder rüber wackeln ne ok bis wir drüben sind mache ich mal schnell eine pause für euch wo geht das nicht ok weiter geht's wir sind jetzt wieder an der anschlagstafel und dann sagen wir einmal fest annehmen bei der waren ok 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 so der war ja ich habe dich doch irgendwo gesehen der waren du bist du noch sieht der waren gesehen nicht da ist er doch der waren hi die große die krone weiß dich zu schätzen echt ja ich bin wegen der eimer hier gut gut ein eimer mehr zwei eimer mehr hahaha einmal zwei eimer egal vielen dank hier ist die bezahlung jetzt müssen wir nur hoffen dass kein feuer dort ausbricht wo wir sie lagern genau na das wäre doch ziemlich ironisch machs gut see you son see you son gott ok quest quest abgeschlossen äh die leute fragen sich warum das leben ja ok ok was hallo 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 du kleine wo bist du denn ja gut der der hätte was für mich ne oder mal wie viel geld habe ich denn ähm 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 ja die nächste fackel ok wenn es so weiter geht habe ich keine fackel mehr äh geld münzen mümeln 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 18 was kosten bei dir was zeigen wir mal deine ware apfelsaft bbb birne einmal mit wasser einmal mit wasser hat aber doch so ausgeschaut als willst du irgendwie auch was du nicht ja danke ich habe gedacht du hättest hier auch da hast du doch pfeile euch einmal wieso verkauft du den scheiß momente mal die sorte doch der hat ist nett er hat nur essen noch sauber sorgig der hat brüste und pfeile und äxte und du kannst nichts kaufen bei dem das ist ja eine große weile herstellen trinken müssen wir schon wieder breitwegerich müssen wir schon wieder essen weil unsere gesundheit schon wieder komplett down ist also auf jeden fall aber schon mal eine quest erledigt das ist ja schon mal was wert und die sonne geht auch bald unter und dann müssen wir noch fackeln herstellen die fackel diesmal nicht aus wenn ich durchs wasser lauf einmal frei ja ist gut was was brauchen wir den fackeln gesagt so wenn wir jetzt hier reingehen brauchst du keine fackeln wir müssen fackeln herstellen das war verkehrt wir brauchen für fucking fackel stock und stroh stock stock und stroh ok stroh haben wir hier drüben stroh stroh wo haben wir hier stroh ja da haben wir ja genug ne stetigen dann müssen wir uns die fackel gleich mal bauen noch pickel fackel ach ich wollte doch eigentlich gleich mehr bauen küche ist freigeschaltet ok da hilft mir jetzt eigentlich ja nix wir bauen noch mal eine fackel baume erst einmal noch so dann brauchen wir was zum trinken wasser trinken gut ist das nicht froh ist ja 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 sammeln wir gleich doch mal ein bisschen was drei hier wo kann man immer gebrauchen oder rief ja 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 ist ja gut jetzt habe ich dir warme klamotten gekauft und du frisst immer noch wie wieso schloss und das ist ja wahnsinn mit dir aus so jetzt brauchen wir gleich müssen wir braten wo haben wir es denn die kupferachs das ist die geklaute genau münzen wird einfach nicht mehr weil ich immer zu viel ausgegeben stroh du mal rüber es braucht kein mensch trockenfleisch brauchen wir jetzt auch nicht aber wir müssen essen breitwegerich und dann müssen wir nein breitwegerich müssen wir sammeln wie hund ne wir bräuchten eigentlich kräuterhex so das haut unserer gesundheit aber erst einmal ein wenig nach oben die vergiftung müsste eigentlich dann langsamer mal weg gehen aber die ist nicht so dramatisch wie spät haben wir es denn überhaupt 18 uhr 29 das heißt wir können eigentlich bald schlafen gehen das werden wir auch tun weil es gibt momentan für uns nichts zum erledigen außer dass wir schnell mal noch das fleisch machen das fleisch brutzeln bis dahin ist es dann auch so spät dass wir schlafen können aber jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst ich wollte doch ein ein thumb mail machen von der quest dunerwetter jetzt ist die quest rum ne habe ich nicht aufgepasst aber von der waren könnten wir eigentlich ein bild machen so jetzt haben wir unser fleisch gleich durch ok alles klar danke und dann werden wir uns jetzt erst einmal ist es schon so spät schauen wir mal 19 uhr 13 ok dann können wir schlafen ja und für euch ist erst einmal hier das video zu ende ne schauen wir mal raus schaut genauso beschissen aus wie den tag vorher dann laufe ich nochmal rüber zum der waren mach vom der waren ein bild dann kann ich das als thumb mail verwenden ok dann gehen wir erst einmal in die hütte bevor der wieder friert jo dann sage ich mal danke fürs reingucken ne dann geht es wieder weiter neues video neues glück und wem es gefallen hat daumen nach oben kommentar schreiben und ja abo ziehen glocke an machen seid ihr immer informiert was ich neues hochgeladen habe und dann bedanke ich mich bei euch bei meiner community und bei youtube allgemein und dann sage ich mal holt rio bis zum nächsten video tschüss bye bye arrivederci euer oldgaming.dead lp